Ich habe einen ziemlich pragmatischen Zugang zu Maria, also bei mir steigen keine großen Gefühle, wenn ich an die Mutter Gottes denke, aber ich schaue mir bei ihr ziemlich viel ab. Oder ich versuche es zumindest, das heißt nicht, dass ich es umsetzen kann, aber sie ist für mich ein wirklich gutes Beispiel dafür, wie wir Christus nachfolgen können. Doch heute stellt uns die Kirche ein Geheimnis vor Augen, das mit deinem und meinem Leben nicht besonders viel zu tun hat. Dass Maria von der Erbsünde bewahrt wurde, wie die Kirche lehrt, und dass sie makellos war, also dieses Makel der Erbsünde in sich nicht hatte, das ist zwar ein Beweis dafür, dass Gott sie auserwählt hat, sie ausgestattet hat für ihre Art der Nachfolge, aber wenn du ehrlich bist, wird es mit deinem Leben und mit meinem Leben nicht besonders viel zu tun haben. Außer, dass man die Heiligkeit Mariens wirklich schärfer sehen kann in dieser Auserwählung, die Gott ihr zuteilwerden ließ. Und trotzdem stellt die Kirche dieses Geheimnis uns vor Augen. Und deswegen lohnt es sich, in die Lesungen zu schauen, besonders in die erste Lesung aus dem Buch Genesis, wo wir gehört hatten, wie es zum Fall gekommen ist, was die ersten Menschen, auf Deutsch gesagt, verbrochen haben, dass sie aus dem Paradies ausgewiesen wurden. Also das ist nicht die ganze Geschichte, die wir heute gehört haben, nur ein Teil davon, und das ist auch nur eine von zwei verschiedenen Erzählungen, die uns darüber berichten, wie die ersten Eltern das Paradies verloren haben. Und wenn man genau schaut in das Buch Genesis, also in das erste Buch des Mose, wird man stutzig, wenn man sich die zwei Bäume im Paradies anschaut. Also Gott hat das Paradies gemacht und da waren viele Bäume, zwei waren aber besonders. Der eine Baum, der in die Mitte des Gartens gesetzt war, das war der Baum des Lebens. Und von dem ist heute nicht die Rede in der Lesung. Und der zweite Baum, den Gott da gepflanzt hat, das ist der Baum, von dem heute die Rede ist, das ist der Baum der Erkenntnis. Und ja, die Adam und Eva werden versucht und nehmen sich etwas raus, was ihnen nicht zusteht und essen aus diesem Baum Erkenntnis und sie erkennen Gut und Böse. Sie können dann unterscheiden. Und dann geht das Ganze los. Sie werden aus dem Paradies ausgewiesen mit einer Verheißung, die wir auch heute gehört haben, dass eines Tages der Messias geboren wird. Das, was wir gehört haben, nennen die Theologen das Proto-Evangelium, also das erste Evangelium, die erste frohe Botschaft, die ist schon ganz am Anfang. Obwohl ihr Mist gebaut habt, wird euch Rettung zuteil. Und damit dieses möglich ist, damit Adam und Eva nicht noch den Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses steht, zerstören, werden sie ausgewiesen, damit sie das Leben nicht verlieren. Gott behält sich das. Er behält das für sich, diesen Baum des Lebens. Damit wir nicht sterben, damit wir mit ihm das Leben teilen können. Warum ich euch das erzähle? Weil da geht es wirklich um das Wesen der menschlichen Natur. Ich kenne mich selber und ich kenne auch sehr viele Christinnen und Christen, die sich redlich bemühen, Gott nachzufolgen, ein gutes Gebetsleben zu führen. Das tun viele von euch auch. Also ihr seid eher die treuen Seelen, die regelmäßig zum Gottesdienst kommen. Wenn nicht, auch schön, dass du da bist. Und in diesem Bemühen um das Gute und Heilige gehen wir sehr oft falsche Wege. Wie oft muss ich das erleben, besonders in der Kirche, wenn man etwas anfängt, etwas Neues macht? Sagen wir, ein neues Lied einübt oder ein neues Lied verwendet in der Liturgie, das noch nie jemand gehört hat. Als ich Pfarrer war, in einer meiner früheren Dienststellen, habe ich das erlebt. Ich bin gekommen und das Repertoire bestand aus ungefähr 30 Liedern durch das ganze Kirchenjahr hindurch. Ist nicht so besonders viel. Der Vorteil ist, man braucht das Gotteslob eigentlich nicht. Und ich war da ein bisschen was anderes gewohnt und habe gesagt, naja, 30 Lieder, das ist ein bisschen mau. Das ist ein bisschen armselig. Dann habe ich gesagt, wir singen alles bis auf ein paar Lieder, die einfach für uns hier in Österreich nicht besonders gut klingen. Das sind so eher norddeutsche Lieder. Das ist dem österreichischen Ohr irgendwie, kommt das nicht rein. Und das ist auch gut so. Ich finde die Lieder auch nicht so berauschend. Aber wir haben alles durchgesungen. Und wisst ihr, was die Reaktion von den frommsten Leuten war? Ich will mich nicht beklagen über die Leute, sondern etwas anschaulich machen. Da wird ein schönes Lied eingeblendet. Die Leute suchen das Lied, haben es gefunden, schauen mich an, habe es gefunden. Schauen und dann beginnen wir zu singen. Und wir singen, singen, sie schauen mich an, schauen das Lied, schauen mich an, schauen das Lied, schauen mich an. Na, werde ich nicht mitsingen. Was ich mir da anhören musste dabei, dass diese Lieder einfach schrecklich sind, dass der Text nicht katholisch ist, und so weiter und so fort. wie viel Gift da gespritzt wurde, wegen eines Liedes von super frommen Leuten, die ein gutes Gebetsleben führen und ich würde auch sagen, gute Christen sind. Was ist es in uns, das solche Dinge bewirkt? Schau auf dein eigenes Leben, weil wenn ich mir meins anschaue, entdecke ich vieles von diesem Gift, das in mir ist. Davon könnten meine Mitbrüder ein Lied singen. Du brauchst nur den Stefan, den Alexander, den Helmut fragen, wie ich manchmal sein kann, obwohl ich das eigentlich nicht will. und trotzdem gebe ich dem nach, sehr oft. Wie viel Schlimmes in der Kirche passiert ist, weil Menschen, die Christus lieben, ihr ganzes Leben für ihn hingeben, diesem Gift, diesen Gift ausgespritzt haben, der in jedem von uns irgendwo ist. Manche sagen dann, ich habe einen schlechten Tag, nimm besser zwei Meter Abstand. Und klar, es ist nicht immer möglich, sich so zu bemühen, dass diese zwei Meter Abstand nicht notwendig wären. Manchmal kann man sich nicht kontrollieren, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist es besser zu sagen, ich verlasse den Raum, um euch nicht wehzutun. Aber wie oft wäre es einfach möglich, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, nein, weil ich Christus nachfolge, weil ich auf Maria schaue und sehe, wie man sein könnte, möchte ich mich bemühen und mein Leben neu ausrichten. Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit von Gott sehr dazu gedrängt werden, uns unsere eigene Erbsünde anzuschauen. Das ist eben dieser Gift, den du in dir trägst, den du nicht verschuldet hast, meistens, der einfach da ist. Der kleine Teufel, der auf deiner Schulter sitzt und dir sagt, gib ihm was, aber was Schlimmes. Du musst nicht angenehm sein, du musst nicht nett sein, du musst dich nicht bemühen. Du hast auch ein Recht darauf, ein glückliches Leben zu führen. Warum steht er dieser im Weg? Mach ihn nieder. Das ist eben das, was die Kirche auch als Erbsünde versteht. Das ist nicht alles, aber so manifestiert sich das, so zeigt sich diese Erbsünde in uns am häufigsten. Und für mich ist es immer sehr witzig zu schauen, besonders wenn man im ökumenischen Bereich unterwegs ist, wenn man mit Protestanten etwas gemeinsam macht. Und das sind gute Sachen, sehr oft. Wie sehr Katholiken dagegen ankämpfen können, mit aller Kraft und Macht, mit allen Mitteln und all ihrem Wissen. Nur weil es Protestanten sind, die an einem Tisch mit uns sitzen und etwas Gutes tun, im Namen Jesu. Das ist zu wenig. Das ist doch nicht katholisch. Da muss die Beichte, da muss die Eucharistie rein. Und so weiter und so fort. Ich möchte euch sagen, so viel Gegenwind aus den eigenen Reihen, wie ich in meinem Leben bekommen habe, wünsche ich niemandem. Darin sind wir auch sehr geübt. Wir sprechen es nicht so offen aus, sondern hier ein Hieb, da ein Hieb und da erzähle ich jemandem etwas über den oder die. Wir sind sehr subtil. So ist auch die Erbsünde. So wirkt auch der Böse in uns. Er ist sehr subtil, er zeigt sich nicht. Warum auch? Er kann mit kleinem Einsatz Großes bewirken in uns. Und es stellt sich die Frage, welchen Einsatz bist du bereit zu geben, zu investieren, damit das Gute, das Gott angekündigt hat, einfach in Erfüllung geht, damit der Baum des Lebens im Paradies nicht stirbt. Kannst dir dein Leben wie diesen Garten Eden ein bisschen vorstellen. Und drinnen steht dieser eine Baum, der dir Leben schenkt. Das ist Gott selber. Womit dünnst du diesen Garten und diesen Baum? Ist er vielleicht schon abgestorben? Könnte auch sein. Ganz tot. Das macht nichts. Auch an einem scheinbar toten Baum kann man einen neuen Zweig einpfropfen und meistens funktioniert es. Das macht Gott mit uns. In der Beichte, in der Umkehr, weil die Beichte alleine reicht nicht aus. Täuscht euch nicht. Die Nachfolge ist viel mehr. Du musst täglich die Entscheidungen treffen, wie ich sein möchte und was dem Evangelium entspricht. Und ich möchte dich ermutigen. Diese Auserwählung Mariens hat nicht bewirkt, dass ihr Leben leichter war. Sie musste auch Entscheidungen treffen. Als der Engel ihr diese eine Frage stellte, konnte sie ruhig auch Nein sagen. Und wäre sie ein Mann gewesen, würde ich sagen, sie hatte sicher die Hosen voll, aber das ziemt sich nicht, deswegen sage ich es nicht. Die hatte sicher Angst. Wie viel Angst wir manchmal auch vor Gott haben. Wie klein wir sein können. Und ich möchte dir sagen, was wir im Buch Genesis gehört haben. Das Leben, das Gott schenkt, ist stärker als all das, was in dir vielleicht steckt. Und es ist auch stärker als all das, was in anderen steckt. Du musst es nicht unbedingt bekämpfen, aber versuch, das, was in dir ist, in den Griff zu bekommen. Und du musst deinen Nachbarn nicht in den Griff bekommen, sondern versuchst, versuchst du selber, das zu tun. Und wenn wir so leben, als Menschen, die ständig umkehren, die auf die Heiligen blicken und in ihnen ihre Unvollkommenheit sehen, aber auch die Heiligkeit, die möglich ist, dann wirst du auch ein gutes Leben führen. dann werden Menschen um dich herum dich, sich wohlfühlen. Wisst ihr, das ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass du Christus richtig nachfolgst, wenn die Menschen um dich herum sich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist kein schlechtes Ziel im Leben. Das heißt nicht, dass alles wurscht ist und egal. Es ist etwas anderes. Wenn du um dich herum aus dem Gebet heraus, aus der lebendigen Beziehung zu Christus, auf die Fürsprache der Heiligen, dieses Heilige hervorbringen kannst. Das wird dir nicht geschenkt. Das ist harte Arbeit. Aber wenn du das schaffst, wird dieser Garten, der in dir ist, dem Gott Leben spendet, seine Grenzen brechen. Dieser Garten wird sich ausweiten auf die Menschen, die um dich herum sind. Das ist die Verheißung. Das ist die frohe und gute Botschaft für dich und für mich. Und ich lade dich dazu ein, gib nach. Musst mir nicht nachgeben. Gib Gott nach. Lass die Mauern fallen, die du aufgebaut hast, vor Gott. Manchmal muss man sich vor anderen Menschen schützen, das ist okay. Aber nicht vor Gott. Lass ihn rein und lass dir das Leben schenken. und dann ist es okay. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020